Mit seinem Solo-Projekt Gabauer präsentierte Andi Gabauer einen neuen Song inklusive Video, das komplett mit den berühmten kleinen Plastikbausteinen aus Dänemark produziert wurde. Im Leben gibt es zwei große Glaubensfragen. Beatles oder Stones und Playmobil oder Lego? Beatles und Lego. Ich finde es großartig und vor allem der Mann, der das gemacht hat, den finde ich ganz, ganz großartig. Er hat tatsächlich drei Wochen am Stück nur an diesem Video gearbeitet und es ist ganz, 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 ganz toll geworden. Playmobil war mir fast ein bisschen lieber, wenn man da nicht so viel basteln muss, dann war alles schon fertig. Ich glaube, ich bin der Playmobilmann. Das neue Lied von Gabauer trägt den Titel Heaven. Wie sieht denn der Himmel auf Erden aus? Haha, so. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Das kostet nichts und das ist uns allen angeboren. Vielleicht braucht man 25 Muskeln, die von alleine gehen. Das ist uns angeboren. Und ein Lächeln zaubert sofort eine andere Stimmung. Wenn man glücklich ist, ist es immer Himmel auf Erden. Deswegen kommt es darauf an, was du draus machst. Was braucht es, um sich den Himmel auf Erden zu richten? Wir brauchen alle einen langen Atem und zusammenhalten ist wahrscheinlich auch, weil der Himmel auf Erden ist alleine nicht erreichbar. Na, abgesehen vom Wetter, gar nichts. Du brauchst keine Wolken dazwischen. Dann kann der Himmel schöner runterknallen und eine gute Musik, einen guten Rhythmus und du bist schon dabei. Ja, ich gehe runter in die Höhle. Schauen wir uns da an, wie himmlisch es ist hier. Aber wenn der Andi jetzt los singt, dann singen die Engel. Ja, ich gehe nutr signing. Amen.